Die nächste perfekte Aufnahme und somit auch perfekter Start, diesmal über die Triple 19. Es liegt hier verdammt nochmal ein 9-Darter in der Luft. 123 von Van Gerven. Oh ja, den da war übrigens nochmal aufheben, da bin ich sehr für. Ist auch erlaubt, weil das war keine Wurfbewegung. Dennoch sehr störend für ihn wahrscheinlich. Nee. Okay, dann eben nicht. Nee, nee. So, jetzt hauen es nochmal noch ein paar Statistiken raus. Wir werden das Ganze jetzt mal anders angehen. Ja, und hinterher wird das dann geklippt und die fragen sich, woüber reden die beiden da? Während Gerven Price Nummer 7. Oh yes. Nummer 8. Das ist die Nummer 8, Doppel-12. Yes. Da ist er. Und wir haben ihn wieder geholt. Schöne Grüße gehen raus an Elmar. Liebe Grüße an den Strand von Puerto Blanco oder wo auch immer. Ist mir wurschtig, der Elmar. Wartet, wir haben den 9er. Aus der Sicht von Wade. Und Price pusht das so ein bisschen nach oben und er startet hier nochmal perfekt mit der 180. Es ist ein Abend, der jetzt schon, der jetzt schon. Und mir bleibt die Stimme weg. Legendär ist. Aber wird er historisch? Ein Abend, der legendär ist. Und uns alle! Und uns alle! Come on! In die Ewigkeit bringt's. Ist das ein Abend hier? Ein Abend, der legendär ist, wird jetzt ein Abend für die Geschichtsbücher. Schöne Grüße an Herrn Paulke.